Ich will dir selber meinen Namen schicken. Ich will dir selber meinen Namen schicken. Ich will dir selber meinen Namen schicken. Ihr macht deinen Namen jetzt selbst. So ist es äußerst kompliziert. Die virtuelle Tastatur. Die virtuelle Tastatur. Ach, da reicht es. Ja, ich hab dich schon. Ich hab dich schon. Ja, 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 ich hab dich schon. Na, ich hab dich schon. Ja, ja. ... Können wir wieder 3 sagen? Mama! 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 Nö, ich finde du besser. Der Mutter muss mehr Zeit haben, zu sehen wie das geht, oder? Spiel Nummer 3? 3 Spiel? Ja, Nummer Kinnig. Ist auch welches Team jetzt so? Ich weiß nicht. Wir können ja nicht weitergehen. Joerl, nein, nicht. Ich habe ja einen Schick. Ich finde das Wind. Ich bleibe mal aufgerüstet. Wenn die Speicher überhaupt nicht dem Schick. Aber jetzt habe ich kein Schick, oder? Das ist doch das. Das ist die Das ist die Das ist die Das ist die Ja, von dem Ich mach mich mal Ich hab mich mal Ich hab mich mal Ich hab mich mal Ich hab mich mal wieder selber Ah, was ist das denn da? Wie kann ich da? Egal, weil wir egal Weil wir egal Ich hab mich mal wieder Das ist die 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 Ja, oder? Äh... Äh... Das ist mit der... Ja Penny Penny Keine coole Namen hier Schrengen Namen Schrengen Namen Schrengen Schrengen Nein, Dodo ist Schwester Dodo. Ja, Mama ist Mama Dodo. Ja, Halbfive, was ist das? Oh, zum Glück bin ich als letztes Teil. Da verstehe ich jetzt, dass du es. Ja, hast du verglückt, ne? Ja, das wollte ich auch deswegen. Das war meine Taktik. Nein, wir zeigen das einfach. So, was geht das? Was ist das? Hä? Wie macht man das? Ha ha ha. Hopp. Hopp. Hahahaha. Das ist wie das Fliegel. Das ist wie das Fliegel. Das ist wie das Fliegel. Ja, das ist wie das Fliegel. Nee, das ist wie das Fliegel. Ich habe das Fliegel. Hä? Wenn du bist die Namen an, dann weißt du wie ich jetzt gespielt habe. Oh, hey! Ich kann weg! Hier ist ein welchen Weg! Man muss nicht weg! Da nach oben stein links! Ich hab es weg! Jetzt nicht. Ich lasse den Norekons! Rich übersetzt! So ne? Ja, tschau uns zusammen. Tschau nicht. Hä? Ich hab kurz ge... Hä? Ich hasse doch, Papa. Jetzt bin ich mal. So hast du jemanden gespielt? Ich hab B und gespielt. Schade Druck. Gehalt. So. So. Wir fallen nicht hin, natürlich. So. 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 600. So. 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 what?? I should do. So please wait. Gonna you have to do the next one? Oh. To the next one? I will do it. I will do it. Just do it. Maybe he will get tried. Yo. Oha! Wer hat gewonnen? Ne, natürlich du! Guck vielleicht, wie ich für Puck gespielt habe. Das ist Cheating, ja. Wer hat gewonnen? Ich hab doch gewonnen. Ich hab das nicht für dich gespielt. Tut mir leid. Machen wir uns sogar zweiter. Du bist sogar zweiter! Du bist sogar zweiter! Nöööööööööö! Los Spiel! Spiel! Guck, gewonnen! Ich sag immer einen Pokal dafür! Ich guck jetzt ganz genau zu, wie du deinen Tasten bewegen kannst. Ganz genau! Das sind die Pokale hier! Oh, ich bin ja keinem geküsst! Oh, wie schade! Kleiner Godo! So, weiter geht's! Weiter, weiter, weiter! Spielen, essen, oder? Fussball? Nein, Fussball! Fussball? Fussball? Ja, weg, wir haben sie weg. So, ne? Hä, wie funktioniert das? Ja, klopp, drücken und die beiden, den herfling. Ja, klopp, klopp. Genau, jetzt sammen. Hä? Ach, du kräftestig? Ja, du kräftestig, deine Handkollegi. Hä? Hä? Äh, ich kann... Hä? Wie macht das denn? Och, hä? Du kräftestig, das ist so schwer! Ja, du kräftestig! 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 Du musst den Ball so lange wie möglich in der Luft halten, das ist der Trick dabei, das geht die meisten Punkte. Also, die Taube da abschießt, genau, es ist extra gut. Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Hahaha! Das ist schwer, ich hole mich rein. Das ist ein Möbel zu dem Schiff. Hahaha! Hahaha! Wir haben auch Katsch! Hahaha! Hahaha! Das ist hollwurz! Hahaha! Ich bin hier in der Luft. Ja, ich bin hier. Hahaha! Hörwurz! 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 Komm, Taube, komm! Nein! Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind hier. Ja, das wäre keine Zeit. Hahaha! Ich muss anderhalf Minuten den Ball in der Luft halten. Ich bin hier. Haha, 2019. 3.950. Hahaha! Ich bin dran. Ich glaube, wir brauchen mal einen Schluck. Ich bin dran. 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 Hey, ich bin dran. Wir brauchen mich. Pumpe. Oh, das ist ein Blöbel. Guck mal. Da ist ein Blöbel. Chliess. 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 Ich bin da gut. Oh, komm, hast du da? Ja, gut. Hast du noch ein bisschen? Ich glaube, wir müssen die Bömer rein. Hast du das? Ich glaube, man muss mit dem Kopf mit. Ja, mit dem Kopf oder nicht. Man liegt recht zu sehen und kann auch schon mit dem Kopf machen. Man kann ja auch so gut mit dem Kopf. Ich glaube, das kann auch nicht automatisch sein, oder? Ja, lass uns springen. Lass uns springen, ne? Ja, wie kann man dann springen? Oh, das wird doch schlecht. Nicht schlecht. Oh, ich will ja auch die Bömer haben. Oh nein! Ich will ja auch die Bömer haben. Ich will ja auch die Bömer haben. Okay, dann bitte. Null, null! Null, null! Null, null! Null, null! Ich steck mal grün, die ich verfliegt habe. Oh, man! Wer ist jetzt gerade vorgebracht? Woher? Wir haben jetzt gerade ja auch in den Kopf. Null, null, null! Null, null, null! Null, null, null! Null, null, null. Null, null, null! Null, null, null! Ach so, ich weiß nicht, ob du noch extra Punkte bekommst. Ah, gut, tausend Punkte. Ach so. Ach so. Ja, Ben. Ich hab noch viele Punkte gespürt, ne? Ja, die Punkte auch nicht. Noch eine böse Abschiedsmerz auf dem Fall, oder? Ja, der nächste ist jetzt fast. Vielleicht kannst du schon. Nein! Ich war so kurz davor, die böse. 3.000 Leute, oder 4.000? So. Wie viel? 400. Wie viel? Oh Mann! Täterin! Und? 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 Dann, äh, fast. Und? Ja, ja. Ja, ja. Ich hab kein Doppelstück gemacht. Du bist jetzt auch da. Weiter. Neue Tende. Ähm... Du bist hier noch nicht. Danke. Danke. Achtung! Warte, 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 warte! Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Ruhe, ja? Nein! Ja, warte, 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 warte. Was ist da los? Wie hast du, wie, wie, wie hüttelt vorher? Ohhhh! Matt, Matt, Matt! Das ist gut, wie, wo, wie, tausend ist. Mann, ob du Fiffler heistern hast. Mann, ob du Fiffler heistern hast. Komm! Mann, Mann! Mann! Nein, Mann! Warte, du hast ja. Warte, danke, danke, danke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 rechts also dann kannst du deine musik genau und das mal das halt auf 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 170 schon gut langsam auf auf und ab auf und ab aber nach rechts lenken gleichzeitig weil sie rechts auf und ab rechts halten aber rechts bleiben und auf auch mal mama muss da laufen ja spring spring jetzt kommt was 530 ist besser nein 400 ja mach mal besser so natürlich ok papa rasiert papa wieder der cheater hm ja papa hunderte natürlich dodo du häckchen oh hop jetzt drück auf den knopf problem ist man muss lenken dann drückt man den knopf außerdem mit oh achso 480 rechts oh sand habe ich nicht gesehen verdammt 720 ich sehe es oh noch mal ich will nicht 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 ich möchte da gibt es die punkte punkte da gibt es die punkte Oh, oh! Ein Dodo! Schwammeldodo! Schwammeldodo! Jetzt kommt er schwammeln! Und Puck! Du musst auch noch erklären! Nein, ich bin das Dodo Dino! Wenn du bist, ist ja gar nicht dabei! So, weiter geht's! Ich bin Zweiter! Ja, ich bin immer wie Dritter! BMX! Was ist denn der BMX? Ich kenn' den Fahrrad, du BMX! Ja, das Fahrrad BMX! Genau! Ist dasselbe wie bei den Rollern, nur so ein BMX fährst! Und dann war das... Na, Mama! Sie warst mich! Und? 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 Tod! Hä? 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 Ich weiß auch nicht! Was? Ein Knopf gedrückt hat wahrscheinlich! Hier muss halt nach rechts und links auf ab! Oh, das ist ein Schlag! Muss man da ausweiten? Kann man auch springen? Ja, ich glaube, man kann auch springen irgendwie! Ein Knopf, ne? Oder nicht? Nämlich, ich hab' den Gast! Das habe ich nicht so viel gemacht! Soll ich nicht nur einmal gemacht! Warum sind das Schlag auf die Wegel oder so? Warum sind das Schlag auf die Wegel oder so? Das ist halt eine BMX-Bahn! Hä? Wie denkt man? Auf und abwärts! Und mit Knopf gibts Gas, glaube ich, oder? Oh, tot! Hey! Und mit Knopf gibts Gas? Ja! Nee! Beide jetzt gleichzeitig, also? War es nicht die ganze Zeit noch? Ich weiß es nicht! Habe ich noch nicht so viel Zeit zum ausprobieren gehabt! Slag auf dich! Du warst doch dabei! Oh, schau! Oh, schau! Oh, schau! Oh! Hä? Was? Oh! Einfach nur eine Rechtslenkung! Schleunig der Automat! Wie denkst du? Auf und ab! Kann man noch auf die über die Pfützen gehen? Geht das? Kann man noch über die Pfützen nicht? Weiß ich nicht! Ich weiß nicht! Wenn der Knopf drückt, fällt der hin! Wahrscheinlich will der da springen und dann muss das rechts hinfahren! Ich weiß nicht, warum! Weiß auch nicht so, wo man dann unbedingt hinfällt! Also kein Knopf drücken! Du hast gespielt, dann gedrückt nicht! Ja, jetzt kommst du automatisch auf diesen scheiß Knopf hier an der Ecke! Fuck! Oh, Fuck! Oh, Fuck! 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 Oh, Fuck! Ah, Fuck! Nur schnell! Fuck! Oh, Fuck! drücken noch auf dem abgewicht ausgewegt wenn der nackt next time Hä? Was? Wie? Hä? Wie geht mein Gas? Ich kann sowas nicht. Siehst du? Hä? Ich geb die ganze Zeit Gas, das geht nicht. Hä? Wie geht mein Gas? Ich hab auf und abbewegt, keine Ahnung. Keine Ahnung. So, jetzt war ich lang geworden. Hä? Nein, es macht keinen Spaß. Nicht tausendmal drücken, bitte. Dann drückst du alles weg. Immer mal besser, ja? Ja, dann ist alles weg. Oh, komm mal. Du! Oh, ich hab drückert. Wo hast du diese Spiele? Oh, ich wollte gut sein dabei. Ich hab wieder der Skill. Lass die Finger weg, bitte. Ja, ich will auch mal nutzen. Hm, ne? Okay, willst du auch machen, ne? Ich will nicht mehr. Ja, ich brauch keine Lust mehr. Es sind noch ein paar Spiele. Was ist mit dem Fusbee? Ah, Fusbee kommt noch. Achso, Fusbee kommt ja noch. Fusbee, das kann ich ja gar nicht. Ich kann das nicht. Fusbee kommt jetzt. Ich kann das so gut, ne? Wer ist jetzt dran? Bitte ich. Komm hier. Der ist ein Disc. Der ist ein Disc. Der ist ein Disc. Und dann musst du mit der Reizung an die Pfannen füßen. Dann bekommt man extra Punkte, ne? Ja, ich glaube auch. Und? Dann bekommt man wahrscheinlich... Dann bekommt man bestimmt weniger Punkte, bestimmt hautnah. Ah, der tut ja. Der ist ja viel so weit. Dann kannst du mir wieder rückgucken. Noch von oben. Wir wünschen sich das gleich. Das hat einen. Zack. Oh, die Handluft. Vielleicht wirst du die Ärzte getrüft, ne? Die Ärzte getrüft. Oh! Wirucken nochmal nochmal noch. Und dann? Och, das ist ja, das ist ja, das ist ja. Oh, das ist ühe. Ach, der sieht gut aus. Also wo der Begriff ist. Ja, ich habe das ja. Ja, das ist ja. Ja, der ist das ja. Ich habe das ja. Ich habe das ja. Das sind ja da. Ich habe das ja. Ich habe ja. Nein, das war so knapp! Oh, das war so knapp! Mach doch nicht mal eins. Oh, das ist knapp! Was geht da mit dir hoch? Ich glaube ja. Das geht zu hoch, viel zu hoch. Oh, das ist sehr sehr gut. Ich muss aber immer wieder schauen. Was? Hä? Merkst du es? Nein. Es ist schon sehr lange. Nein. Ich habe das noch etwas weniger getan. Ich habe die andere noch etwas weniger getan. Ich habe die Karte. Mach doch! Mach doch! Du war besser! Ja. Ja, das hat er nie gemacht worden. Unmenschlich. Dann dürfte ich deine Schuhtasche einstellen. Oh mein, feil! Ich habe feil! Du bist schon da, schon müde. Oh Mann! Ich rinke mich. Oh, komisch! Ich kann das gar nicht. Ich kann das gar nicht. Das ist wieder abgedrückt. Erstmal macht er bei mir das so. Der geht nicht. Jetzt mal regieren. Oh, oh, die kann so. Oh, das hat sie nicht aufgebrochen. Du kannst dich bewegen, wenn du abgebrochen hast. Wirklich? Ja. Du hast dich losgelassen. Du hast es so gemacht. Ja, ich habe gedrückt. Als ich hier war, ich bin zweiter. Ich bin zweiter Platz. Zweiter Platz. Diese Runde geht dann mit. Guck, jetzt darf ich jetzt erst, oder? Ja, guck jetzt erst. Ich bin zweiter Platz. Ja, das ist doch gut. Guck, guck. Ich bin zweiter Platz. Ich bin zweiter Platz. Ihr beide seid dritter. Ihr beide seid dritter. Ihr beide seid dritter. Mama und Ben sind dritter. Ja, genau. Ja, so, so, so. Wollen wir hier winke, winke machen? So, hier alle nochmal Tschüss sagen. Hier auf die Kamera. Hallo. Tschüss. Tschüss. Boah.